Was war der erste? Ja, ja, dann kommen Sie nur ein. Nett! Aber geht noch? Das pfeift! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Lade-Stock 10. Lade-Stock 10. Lade-Stock 10. Lade-Stock 1. Lade-Stock 1. Lade-Stock 1. Lade-Stock 1. H'dén Ruhr. Jetzt die Hände hoch. Geht voll! Ah! Wir haben noch ein zweites, ein dritten Wort. Der war gut. Kommt der Scherl! Nee, geht nicht. Ich muss das mal gucken. Nicht klappen, du musst das auch filmen. Dein Mann macht ja auch mit drauf, wenn die gerade schon Leute schießen. Ich kann den hier bloß mal von hinten haben. Da wisst ihr keiner, wer das war. Soll ich jetzt so sagen? Ladestock ziehen! Ladung setzen! Ladestock ziehen! Ladestock setzen! Ladestock setzen! Mal in Ruhe! 5,5,6! 5,5,6! 3,5,6! 2,5,6! 2,5,6! 3,5,6! 3,5,6! 1,4,6! 2,5,6! Wir hatten das schon mit unserer Wäsche genannt, aber Trampons haben wir nicht gesprochen. Zum dritten und letzten Saludscholz. Full Vorfeld. Rock und Setz. Lade, ich komme zieh. Lade, ich komme zieh. Lade, ich komme zieh. Lade, ich komme zieh. Hal in Ruhe! Zündhütchen setzt. Spann den Horn. Hoch legt an. Geh voll. Gewehr ab. Acht Punkte, sechs Punkte, vier Punkte. Aber, mein Günder, alles noch einmal für uns. Mehr Morni drinnen, wir üben, noch arbeiten und wir haben das Blümchen für dich. Die Frau wird sich freuen, die Garten einfahren. Es kommt nächstes Jahr wieder zum Achtendring der Kähne mit. Das war ein Achtendring der Kähne. Vielen Dank. Schaut sie. So, Prost. Ist das gleich ein Leben? Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Wahnsinn. Ja, ich glaube, wenn ihr bis dann nicht dann zurechtetimmt, dann ist es eine Franzi. Ah, ich bin dann für das selbe. 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 Ich bin dann für das selbe.